Heilung durch Licht und Wärme mit dem Infrarot-Wärmestrahler IL-50 von Beurer. Infrarot-Licht fördert die Durchblutung. Seine lindernde Wirkung bei Muskelverspannungen und Erkältungskrankheiten ist wissenschaftlich erwiesen. Der Infrarot-Wärmestrahler von Beurer zeichnet sich durch besondere Effektivität aus. Denn sein extragroßer Schirm von 30 x 40 cm ist zur gezielten Behandlung stufenlos von 0 bis 50 Grad justierbar. Hinter einer hochwertigen Glaskeramikscheibe mit UV-Schutz verwirbt sich eine 300 Watt-Lampe. Die Abschaltautomatik des IL-50 erlaubt Ihnen während der Behandlung vollkommene Entspannung. Die Anwendungsdauer können Sie frei nach Ihrem Bedarf wählen, bis zur empfohlenen Obergrenze von 15 Minuten. Mit dem Infrarot-Wärmestrahler IL-50 von Beurer behandeln Sie Erkältungen und Verspannungen mit der reinen Kraft von Licht und Wärme.